Qualifikation kämpften dieses Wochenende in Oberwart Tschutokas aus aller Welt beim einzigen Weltcup-Turnier auf österreichischem Boden. Für Österreichs Tschutokas gab es im 400-teilnehmerstarken Feld am ersten Tag allerdings nicht viel zu holen. Vor allem die heimischen Kandidaten für die Spiele in London 2012 konnten nicht überzeugen. Zwei der drei rot-weiß-roten männlichen Olympia-Hoffnungen stehen bereits am ersten Tag des Tschudo-Weltcup-Turniers in Oberwart auf der Matte. Da wäre einmal Ludwig Peischer. Der Silbermedaillengewinner von Peking läuft nach einer Daumenverletzung, die er sich im Jahr 2010 zugezogen hat, aber immer noch seiner Form hinterher. Die zuletzt gezeigten Trainingsleistungen lassen für Oberwart allerdings einiges hoffen. Der 30-jährige Salzburger gewinnt den ersten Kampf gegen den Briten James Miller durch Joko. Übrigens sein bereits vierter Erfolg gegen den jungen Briten. Im zweiten Kampf trifft Österreichs Medaillenhoffnung bei den Olympischen Spielen in London auf den Japaner Naohisho Takato. Ein junger Kämpfer, der in der U17 und in der U20-Klasse bereits Weltmeister wurde. Nach 18 Sekunden ist der Kampf dann auch schon wieder zu Ende. Peischer unterliegt mit Epon. Ja, natürlich. Es kann im Tschudo eben passieren, dass es schnell Niederlagen gibt. Aber ich habe gewusst, wann ich gegen den Klinge will, muss ich von Anfang an Gas geben und ein gewisses Risiko nehmen. Das habe ich gemacht. Und er hat einen kleinen Fehler von mir super schön ausgenutzt und hat mich schön geworfen und erwischt. Würden Sie sagen, es fehlt eigentlich nur mehr das Erfolgserlebnis? Momentan, so wie das ausschaut und wenn man ihn beobachtet und über viele Wochen hintereinander beobachtet, wir sind der Meinung, dass nur dieses eine Erfolgserlebnis fehlt, dass der Knopf wieder aufgeht. Dieser berühmte Groschen, der fallen muss, auf den warten wir noch und arbeiten da halt extrem hart hin. Und es ist zäh, es ist mühsam, aber es ist natürlich die Weltspitze, wo wir uns bewegen. Und ganz so leicht ist es dort oben nicht. Der zweite Österreicher mit Hoffnung auf die Teilnahme bei den Olympischen Spielen ist der Oberösterreicher Peter Scharinger. Der 25-Jährige vom UJZ-Müllviertel kämpft in der Klasse bis 73 Kilogramm und muss hier noch ein Spitzenresultat abliefern, um sich das Ticket für London zu sichern. In Runde 1 trifft Scharinger, der noch nie bei den Olympischen Spielen mit dabei war, auf den Ägypter Hussein Hafiz. Und obwohl er gegen den Afrikaner eine negative Bilanz aufweist, kann der Oberösterreicher vor Heimpublikum überzeugen und gewinnt durch Ipon. Auch in seinem zweiten Kampf kann Scharinger die Zuschauer in der Oberwatersporthalle überraschen. Gegen den mongolen Kaspar Thar setzt sich der Sportsoldat ebenfalls vorzeitig durch. In Runde 3 wartet dann mit dem Koreaner Won Jung Kim erneut ein schwerer Brocken. Der 22-Jährige U20-Weltmeister des Jahres 2008 ist für Österreichs Olympia-Hoffnung dann auch eine Nummer zu groß. Scharinger verliert den Kampf mit Ipon und macht damit keine Weltranglistenpunkte, womit er weiterhin um das Ticket für London zittern muss. Ja, natürlich ist es sehr bitter. Beim Heimwegcup erwartet man sich immer, dass man halt die Atmosphäre, dass man die beflügelt und dass man sich halt durch das Fiere kommt und nur mehr das Eizerl dazu setzt. Und ich habe zwar einen super Kämpf gemacht, ich habe einen im ersten den Ägypter geschlagen, der knapp bei mir ist im Olympia-Ranking, im zweiten Doppelweltmeister den Mongolen hingekaut und dann gegen den Koreaner ist. Da habe ich es einmal übersehen, nach 40 Sekunden oder was, und dann war der Kampf vorbei. Aber so ist Judo und so schnell geht es. Wie groß wäre der Traum, der zerplatzen würde, wenn es nicht klappend hätte? Ja, natürlich sehr groß. Also ich glaube, seitdem ich ein kleiner Bub bin, trainiere ich dafür, dass ich die Olympischen Spiele einmal schaffe. Und ich werde auch sicher, wenn ich es dieses Jahr nicht schaffe, in vier Jahren nochmal probieren. Weil ich möchte einfach dorthin und das ist mein Ziel. Und ja, ich gebe alles dafür. Überraschend stark präsentiert sich in der Oberwatersporthalle der rot-weiß-rote Judo-Nachwuchs. So feiert der Oberösterreicher Triton Schala bei seiner Weltcup-Premier in der Klasse bis 66 Kilogramm gleich zwei Siege durch Ippon. Erst in Runde drei ist für den 20-jährigen zweifachen österreichischen U20-Meister im Kampf gegen den Japaner Tomofumi Takayo. Er gewann erst im Dezember das Grenzlehm-Turnier in Tokio, Endstation. Ich habe, muss ehrlich sagen, fast nicht mehr mehr dagegen setzen können und voll zufrieden. War ein super Turnier für mich. Mit guten Leistungen überzeugen kann auch der Wiener Marcel Ott. In der Klasse bis 73 Kilogramm kämpft sich der 22-Jährige von den Galaxy Tigers bis in Runde drei durch, wo er dann gegen den Niederländer Neil van de Kama, den Kürzeren, zieht. Ich kann nichts machen, muss ich jetzt weitermachen. Aber es ist natürlich sehr schade, vor allem, wie Sie gesagt haben, im Heim-Weltcup. Tolle Kulisse, es wäre sehr viel Spaß gemacht, noch weiterzukämpfen. Der erste Tag des Judo-Weltcup-Turniers in Oberwart bringt für Österreichs Judo-Kurs also Licht und Schatten. Wir haben halt nur relativ wenige, die bei dem Top-Level eine Chance haben. Was trotzdem positiv ist, dass vor allen Dingen einige Junge super gekämpft haben und einige Kämpfe gewonnen haben. Das ist eine positive Sache trotzdem. Der Nachwuchs gibt in Oberwart also ein starkes Lebenszeichen. Und von sich bleibt zu hoffen, dass Routinier Ludwig Peischer bis zu den Olympischen Spielen in London ebenfalls wieder zu seiner Form gefunden hat.